Heute präsentieren wir den Citroen 2 CV Charleston von Tamiya. Das Fahrzeug wurde 1934 angefangen mit der Entwicklung, 1948 wurde es vorgestellt auf dem Pariser Autosalon, dann wurden mehrere Millionen, ich glaube 5 Millionen, 4 Millionen Limousinen und nochmal Lieferwagen verkauft. 1983 war es, da wurde der Charleston, da gab es den Charleston schon in einer limitierten Auflage und 1983 bekam er diese Lackierung. Tamiya hat jetzt die Auflage des Fahrzeugs rausgebracht, das war bereits Ende des Jahres. Viele in Deutschland und Österreich nennen das Fahrzeug liebevoll auch die Älter. Und der Schwull habe ich gesehen, dazu sagen die Schweizer, also die Eidgenossen für den Fahrzeug. Ja, wir werfen jetzt mal einen Blick rein, das basiert auf einem Frontmotor, also Frontfieldreif, sogenannten FWD. Ist auch hier schön abgebildet auf dem M05 FWD Chassis mit einem L-Radstand, also L bedeutet hier langen Radstand, 239 mm hat ich gelesen. Ja, Baukasten, alles drin, was man so zum Zusammenschrauben braucht. What you need ist halt eine Fernstellung, ein Servo, ein Fahrregler, äh, Fahrregler liegt schon drin, genauso wie ein Motor. Der Baukasten Motor ist ein paar Empfehlungen von Tamiya, die die beibefügt haben. Dann halt hier ein Bild, was, äh, wie es aussehen könnte, wenn es fertig ist. Hier stehen nochmal die Radstände, das ist ein 200-mal-mal-mal-mal-salter Radstand. Und hier werfen wir einen Blick rein. Ja, hier, Verpackung, also war jetzt die Folie eingeschweißt, da wird der Karton natürlich nicht so geschädigt. Das ist eine Empfehlung von Tamiya, was man nutzen kann oder was man einbauen kann. Und wir werfen jetzt einen Blick in das Fahrzeug. Ja, wirkt ja, wie ihr seht, ist das Messer aufgeräumt, eigentlich wie Tamiya üblich. Was fällt uns hier auf? Ah, der TPL 02S Regler, liegt serienmäßig gleich mit drin. Ist übrigens bei vielen Fahrzeugen derzeit Standard. In den Fahrzeugen wie beim Lancia, beim Manterewa glaube ich auch mit bei. Also das ist jetzt, äh, der wurde jetzt dafür eingesetzt. Also kein mechanischer Regler, sondern das ist ein elektronischer Braschless- und Braschet-Regler. Also man kann hier Braschless-Motoren fahren, genauso wie Braschet-Motoren. Aber bitte aufs Motorlimit achten. Reifeneinlagen. Dann hier verchromte Anbauteile, wie Spiegel, Scheinwerfer. Und was ist das noch? Türgriffe. Hier lassen wir die Seite raus. Hier, wieder typisch Tamiya, die Spritzgussteile. Hier in den kleinen viereckigen Ecken verbergen sich die Nummern. Und hier unten, äh, welche Tüte bzw. welche Teile immer das ist. Hier, äh, Plastikteile ZB. Und dann kann man sehen, welche man benötigt für den Zusammenbau. Haben sie ganz gut gemacht. Ist Tamiya bekannt für, äh, selbst für Einsteiger, Neuanfänger, sollte das kein Problem sein, das Fahrzeug, äh, zu montieren. Ähm, weiter geht's hier mit den ganzen Teilen, die sie gibt. Typisch 540er Standardmotor liegt mit bei. Kugel, Kunststoffteile, die Antriebszahnräder. Ähm, ist nicht kugelgelagert. Sieht man hier an den Buchsen. Empfehlung ist ganz klar. Kugellager halten länger, leichtgängiger und ihr habt weniger Ärger. Wenn ihr das Fahrzeug mit dem Stärbegrün oder wenn ihr lecker benutzt, gerade bei Schrauben trägt. Ähm, also eine klare Empfehlung. Kostet auch nicht viel so ein Kugellagersatz. Kann man sich mal dazu bestellen. Ansonsten, je nach Bauabschnitt, Tüte A, Tüte B oder Tüte C verwenden. Und dann geht's quasi los. Aber das seht ihr gleich in der Bahnleitung. Dann hier, oder? Die Karosserie. Schöner Grill. Vorne zum Einbau der Scheinwerfer. Dann hier angedeutete Türgriffe. Die Scheiben. Die schicken Radkästen. Dafür ist ja die Ente oder der Citroën 2CV bekannt. Mit der Optik haben wir hier oben das angedeutete Stoffverdeckdach. Beachten. Schutzfolie ist hier drauf. Sollte eigentlich drauf sein. Also erst lackieren. Schutzfolie drauf. Und wenn ihr dann bekleben wollt, später erst die Aufkleber drauf. 4 Büngereifen. Dann passend zu den verchromten oder, ja, sind ja Kunststoffteile. Verchromt. In silberner Optik hier. Passend zu den Anbauteilen. Auch die passenden Felgen. Damit das farblich auch gut passt. Dann hier weitere Kunststoffteile. Auch wieder alles Spritzguss. Einfach nur abklicken. Eventuell dann mit dem Balsam-Messer hier mal nachschneiden. Damit die wirklich sauber entgradet sind. Hier für die Optik nochmal schöne Radkästen. Welche? Hier. Ich glaube irgendwie kann befestigt werden. Dann werden wir den mal später sehen. Beziehungsweise wenn wir den Aufbau setzen. So die weiteren Teile. Akkuschacht. Ach hier. Zu beachten. LiPo Akkus passen auch rein. Aber mit Round Corner. Also mit abgerundeten Ecken. Also keine ganz normalen Stickpacks. Die es sonst von vielen Herstellern gibt. Man muss darauf achten, dass man hier Round Corner nimmt. Lenkhebel. Ja, das ist eigentlich bekannt aus anderen Fahrzeugen. Beziehungsweise der M05 Serie. Hier ein paar Hinweise. Hier eine kurze Anleitung. Wie man die Karosserie gestalten kann. Beziehungsweise wie man sie lackieren kann. Hier sind bestimmte Farben angegeben. Also könnt ihr entweder in dem Look machen. So wie es. Oder so lackieren. Wie es Tamiya vorgibt. Oder ihr macht eine eigene Lackierung. Und ansonsten hier. Wie man das spret. Also wie man das lackiert. In welchen Schriften. Das gibt es hier auf der Rückseite. Da wo welche Anbauteile rankommen. Ist auch gut erklärt. Und wie die Karosserie befestigt wird. So wie ihr seht. Hier. Anleitung ist zwar für ein anderes. M05 Chossy. Das sieht man hier an den Felgen. Aber der Aufbau ist ja identisch. Ein paar Hinweise hier drinne. Beginn macht. Das Differential. Und dann geht es. Schritt für Schritt. Weiter. Ja. Ähm. Zu beachten. Oder was heißt zu beachten. Gut ist. Bilder sind eins zu eins. Also diese. Hier an der Seite. Die in der Legende. Die Teile. Sind eins zu eins abgebildet. Also man braucht nicht unbedingt einen Schrauben. Ähm. Einfach hier Schraube drauf. Gucken. Ob man die richtige hat. Und dann kann man es schon. Einbauen. Ansonsten. Wo gefettet. Gehöhlt werden muss. Äh. Gibt es hier diese Zeichen. Beim Einbau des Motors. Motorritze. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Da ist 20, 16, 18 Zähne. Passen rein. Und dementsprechend sind auch die Löcher angezeichnet. Ansonsten hier. Alles. Sehr schön erklärt. Was zu beachten ist. Hier sind noch mal die ganzen. Ich hab schon keine. Eigentlich. Lecker. J audio. Lass uns auf. Uff. Woh. 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 Na. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier nochmal der Baukasten, so wie er zu euch kommt. Wenn ihr ihn bestellt. Und hier steht nochmal 1.10 M05L für lange Version Chassis. Das ist ein FED mit Frontmotor. Bei liegt, wie gesagt, der Motor, der Fahrregler. Was ihr braucht, ist quasi jetzt eine Fernsteuerung, ein Akku und ein Lenkservo. Und dann kann es schon losgehen. Wer nicht hat, natürlich ein Ladegerät zum Laden des Akkus. Dann viel Spaß, würde ich sagen, mit dem Fahrzeug. Zum Schluss nochmal ein Blick auf die Karosserie. Damit man hier ein bisschen mehr im Detail sehen. Der schön hier angedeuteten Radkästen hinten und vorne. Hier hinten auch die Scheinwerfer, die Attrappen. oben das Dach. Und die Front vorne. Und wenn ihr nochmal sehen wollt, hier die Anbauteile. Und passend die Felgen dazu. Und das ist ja der erste Blick, den ihr beim Fahrzeug sehen werdet. Also die Karosserie, die Felgen und die Anbauteile. Erst wenn ihr die dann demontiert, dann könnt ihr einen Blick unter das Fahrzeug, also auf das Fahrzeug werfen. Hier sind die Bohrungen, beziehungsweise hier schon mal, wo die Bohrung oder wo die Ischer reinkommt. Und die Karosserie, all da. Hinten genauso. Auch wird der Antennenloch, ist auch abgebildet, wo das hinkommt. Also müsst ihr nicht vorher anzeichnen und gucken, wo das Loch macht. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass das hier auch wirklich stimmt. Wir werden jetzt hier anfangen mit dem Zusammenbauen. Und unten den Link vom Zusammenbau mit reinstellen. Übrigens haben wir das Fahrzeug schon mal getestet, beziehungsweise schon mal auf der Nürnberger Messe gesehen. Den Link werde ich auch mit reinstellen. Dann würde ich sagen, viel Spaß. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr selber so ein Auto baut, kauft, könnt ihr gerne ein paar Bilder darunter posten. Wäre nicht schlecht. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Danke schön. Mmenty. Untertitelung des ZDF, 2020